Herzlich Willkommen zur neuen Folge Let's Play Uncharted 2! Boah! Weg hier! Ich hab kaum mehr Munition. Da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich aufpassen, ich darf nicht so viele Schüsse verschwenden. Ich geh erstmal hier runter. Ach hier oben? Und tschüss! Boah! Erstmal hier hin! Hier oben! Irgendwo ist noch einer. Und hier oben noch! Boah! Der bekommt mich jetzt! Boah! Oh oh! In Deckung! Es kommen immer mehr Soldaten! Hier oben! So jetzt aber! Boah nein! Ich muss erstmal hier rein! So erstmal dort hinten! Der da oben! Der gefällt mir nicht! Jetzt kannst du runterfliegen gleich! Und tschüss! Boah! Boah! Das war aber knapp! Und jetzt habe ich eine Sniper! Und da oben ist er! Boah! So jetzt aber! Boah! 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 Nein doch nicht! So jetzt! Tschüss! Und da oben ist noch einer! Boah! Und da oben ist noch ein Sniper-Typ! Das sehe ich erst jetzt! Und tschüss! Nein! Habe ich ein bisschen verpennt! Wenigstens hat er eine Waffe! Da oben ist er so ein Scharfschütze! Wie viele Soldaten sind hier noch? Oh! Natürlich! Juggernaut! So die Mütze ist erstmal ab! Headshot! So jetzt springe ich erstmal hier runter! Und hier haben wir was! Eine sehr gute Powerwaffe! Hier oben! Funktioniert das jetzt nicht? Und tschüss! Boah! Wer schießt mich jetzt noch an? Ach du! So das haben wir erstmal geschafft! Ich nehme mal die Waffe mit! Für die Waffe brauche ich noch Munition! Und hier ist ein Tor! Machen wir mal auf! Und jetzt drücken! Und nochmal drücken! Komm Nathan! Jetzt hier durch! Schnell! Boah! Das war aber knapp hier! So jetzt müssen wir nur noch Schäfer hier rausholen! Das wird noch eine lange Reise! Wie bei der Feuerleiter! Und hoch mit dir Elena! Tritt's mehr runter wenn du oben bist! Oh nein! Mist! Daraus wird nichts mehr! Warte, warte! Zurück, zurück, zurück! Jetzt kommt ne Kiste! Lieferung! Sehr gut! Sehr gut! Jetzt zieh hoch! Und dort hinten ist schon Elena! Und ich komme! Und jetzt können wir hier hoch gehen! Und jetzt hier rüberspringen! Ich warte nur noch auf Elena! Oh! Was war das denn? Ein Monster? Wir kommen näher! Okay! Hey! Hey! Sch! Ich bin schon leise! Halt den Kopf unten! Das sind Lazariewicz-Toldaten! Pass auf! Und tschüss! Und jetzt ist er unten! Ich komme schon hier rein! Nimm mal die Waffe! So erstmal nachladen! Müsst das eine mit dem Schild! Ich hasse die Typen mit dem Schild! Okay nochmal! Der versteckt sich! Komm doch raus! So jetzt nehme ich mal die Waffe wieder! Boah! Deckung bleiben! Jetzt aber! Pass! Der lebt immer noch! Wie viele Schüsse braucht der noch? So jetzt aber von der Seite! So jetzt hier vorne! Nicht verstecken! Das tat bestimmt weh! Von der Seite ist noch einer! Lebt der noch? Ich komme mal ein bisschen vor! Boah! Das wollte ich jetzt nicht! Okay der lebt nicht mehr! Da oben ist noch ein Sniper-Typ! Ich komme schon! Boah! Und tschüss! So das waren alle Gegner! Boah Elenato, du bist im Weg! Und jetzt können wir hier raus! Komm schon, mir nach! Ich bin nur gespannt wie viele Viecher hier noch so rum laufen! Und jetzt können wir hier durch! Oh! Da oben! Da halten sie bestimmt Schäfer fest! Ach Mist! Runter! Wenn Schäfer noch lebt heißt! Kapitel 23! Wiedervereinigung! Überall Soldaten! Und da hinten sind Scharfschütze! Die Granate kannst du selber behalten! Und ich gehe mal in die Seite! So jetzt aber! Boah! Der lebt ja noch! Aber das ist jetzt ein anderer! Weg mit dir! Boah! Hier ist jetzt eine Granate aufgehoben! Ein bisschen Chakranautier sein! Natürlich! Was? Der lebt immer noch! Boah! Boah! Ich gehe mal die Schrofinde auf! Boah! Boah! Wo denn? Dorthin ist mir einer! Ich komme schon! Weg mit dir! Boah! Ich habe die gleiche Waffe! Nein Jetzt ist die Waffe auch noch unten Ah, gar nicht gut Geh mal auf die Seite Hier rüber Nein So, jetzt aber Da kommt noch einer Komm her So, jetzt ist er weg Nein, eine Granate Mist, ich habe nicht mehr viel Munition Ich hoffe, dass sie noch reicht So, erstmal eine Granate dahinter schmeißen Viel Spaß noch Da habe ich einen getroffen Der lebt noch Und da kommt die zweite Granate auf mich zu So, Waffenwechsel Ah, da ist noch einer Ich habe ich gar nicht gesehen Natürlich mit dem Juggernaut Was denn auch sonst Kommt bloß her Ich habe was für dich Komm weg mit dir, komm Und nochmal So, jetzt habe ich ihn Hier ist eine Panzerfaust Die wäre eher für den Juggernaut Aber jetzt trifft sie eben ihn Und tschüss Und jetzt hier rein Ist hier noch einer Sieht leer aus Wo? Wieso schreist du denn so laut? Er hat auch leise sein können So, jetzt sind wir wieder von der Seite Gehen wir ihm hier hoch Jetzt hänge ich wieder Oh nein Ist ja gut Wir sind hier Sie hatten recht Recht womit? Alles was sie anfangen Geht wirklich schief Okay, los Wir bringen sie heraus Nein Was machen wir? Haben sie sie gefunden? Die Expedition Ja, das habe ich Verstehen sie, was ich tun musste? Ja Hätten sie den Stein gefunden Wäre die Welt heute eine andere Ruhig, ruhig Er hat den Dolch Ich weiß Er ist zum Turm gegangen Halten sie ihn auf Ganz ruhig Nicht, nicht, nicht bewegen Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shamballa Holen sie den Dolch zurück Finden sie den Weg Und vernichten sie den Stein, bevor er ihn findet Drake Sie müssen glauben Schäfer Oh, echt Wir können ihn nicht einfach hier lassen Wir haben keine Wahl Du hast es gehört Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht Aber er glaubte dran Das reicht mir Ja 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 PU que. Ja Du hast es킨 очigare Ja Ba drin Ja Ge Zie Ja Ja Vielen Dank.